Guten Abend, die Herrschaften und willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Ich schalte nun immer zwischendurch die Musik aus, damit ich irgendwas googeln kann. Und ich war gerade in dem Stachelraum und da dachte ich, da kommen nur irgendwie Silberherzen oder nur wieder Spinnen raus. Denkste, da war The Pack drinne. Und das gibt uns zwei Silberherzen und Damage Update. Deswegen schießen wir jetzt auch oder googeln, weil wir einen Schaden mehr machen. Ist sehr schön, wir sind eben schwarz geworden, lagen ein wenig zu viel in der Sonne. Was kann der? Fierce Up auch noch. Ich glaube, das finde ich gut. Auf jeden Fall habe ich die Blood-Denation-Maschine da erstmal gelassen. Wahrscheinlich zieht er so eine gelbe Schleimspur hinter sich. Oh, oh, oh. Äh, nicht Schleim-Thorin-Spur ist das ja. Lass dich einfach nochmal treffen. Kein Problem. Gut. Sehr gut. Was rabbeln wir hier? Sprecken Spectral Tears. Und Gubbys Head. Spectral Tears. Äh, äh. Wir haben kein Flug-Item. Das bringt jetzt nicht ganz so viel. Nee. Äh, nee. Lass mal das erstmal. Gucken wir erstmal, dass wir hier ein Herz opfern. Oder noch eins. So, mehr kommt auf keinen Fall raus. Gut, kommt ein ganzes Herz raus. Und das halbe Herz liegt da noch drüben rum. Ideal. Genau abgepasst. Finde ich gut. In die nächste Ebene. Na, Isaac, was träumst du jetzt? Kämmen wir auch schon. So. Manche, die vielleicht neu eingeschaltet haben, werden sich denken, was? Oh, richtig. Und du und erst. Und, ähm, kämmen wir schon. Ja, äh, ich hab's in den ersten Parts immer übersprungen. Die sich fragen, mein Gott, was ist denn mit FireRed? Oh mein Gott. Ist das jetzt Jesus-Juice oder so? Dann sind wir hier unbesiegbar und so. Zumindest, wenn ich mich nicht gerade 5.000 Mal treffen lasse. Was hab ich das Herz jetzt aufgenommen? Willst du mich treffen lassen? Wieso das denn? Oh, wisst ihr? Ich hasse die Gegner. Ihr habt euch nicht in meine Richtung zu bewegen. Sondern random. So. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Wieорik. Dankeschön. HerrS. Ich hab doch gar keine Bombe opfern müssen, egal. Mal sehen. Oh, ist der Isaac traurig. Geld. Nix. Nix. Ach übrigens, in dem, wo ich übelst viel Glück hatte. Also, 4 Lucky Food hatte ich und 4 Luck Pillen. Für die, die den Partner nicht geschaut haben, wo ich das erzählt habe. Da hatte ich ja, ich hatte kaum irgendwas gewonnen. Tear Stone. Och komm. Spiel, du willst mich doch verarschen. Ich meine, wir feuern immer noch schnell, aber nicht immer so schnell. Ich will aber so schnell feuern. Nicht mehr nur schnell. Gut, lassen wir den erstmal da. Springen wir den nicht immer gleich kaputt. Wir müssen doch nicht unbedingt immer Gewalttaten hier ausüben. Nein, nix. Nix. Lass mal das auch erstmal und beenden dann erstmal. Uiuiui. Äh, erkunden dann erstmal die... Jaja, renn noch rein, renn noch rein. Nein. Ist das so fies, dass die Viecher noch da rumschweben? Boah. Das Spiel ist echt gemein. Ach komm. Schieß doch gleich durch den ganzen Raum. Gut, machen wir auch. Okay, hier wären wir darum... Spectral Tears ist ganz gut, aber... Ja. So wild ist das jetzt auch nicht. Ich hasse diese hyperaktiven Herzen, die... Normalerweise sollten die nur ganz vereinzelt schießen. Aber was machen die hier wirklich? Die schießen hier als... Ging es hier um ihr Leben? Och komm. Danke für das Seelenherz, aber auch, komm. Ach, komm. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Okay, habe ich das eben eingesammelt. Wollen wir auch nicht sterben. Necropolis 1, machen wir den? Ja, komm. Gut, er kriegt eh gleich keine Kackhäufchen mehr. Gut, dann ist auch schon die andere Version von Larry Jr. wenn noch in ihnen rein ja kakau ich hasse dich wir müssen unbedingt leben brauchen wir müssen unbedingt leben brauchen eigentlich gut deutsch die verarschen zieht die fliege das hinterher oder wie von mir kann hier überall dieser verdammte super geheimraum sein ich bräuchte noch so ein herzileineraum also ein super geheimraum mit übel vielen herzen da haben wir schon geguckt spiel noch ein paar mal sagen wir mal es ist 40 pflege super eine pretty fly kann ich gebrauchen aber noch nicht so was bombe ist auch nicht das was wir brauchen münze kann man immer gebrauchen aber mir wären herzen jetzt lieber münze kann man immer gebrauchen aber herzen wäre mir doch lieber bombe ist auch nicht das beste mit bombe mit bombe soll mir recht sein vorerst auch kommt die die und dankeschön super jetzt ist mein seelenherz wieder schon wieder weg ich schaff es auch irgendwie nicht mein seelenherz zu behalten ich habe doch schon das scheiß hat wieso kriege ich hier keine herzen ich habe noch mal so ein kakao nein herz nicht schießen du darfst nicht schießen du bist ein herz oh ach komm warum schießen denn die durch den ganzen raum du triffst mich nicht ja hier hat dankeschön dankeschön und was ist das für eine karte die will man wegen das ist gut wir haben auch keine weißen schwarz wie die nacht ich glaube ich hier aber noch nicht gesprengt wo ist denn dieser verdammte geheimraum geld 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 und ich glaube der hat unsere bomben kaputt gemacht ich bin mir nicht sicher ich habe es nur gehört jetzt wollen wir auch nicht mehr auf die jetzt sind die brücken ein bisschen nutzlos aber es konnte ja keiner wissen dass wir das später entdecken ich hatte es insgeheim gehofft aber wie gesagt konnte ja keiner wissen jetzt wäre nämlich auch spectral tiers gut dass wir die komischen spawn hier ausmachen ich habe schon geguckt dann gucken wir mal da nix gucken wir mal hier nix das ist das merkwürdig wieso ist denn hier nirgendwo was Ach. Aber da. Oh, toll. Einen super geheimen Raum. So eine Kackdroh mit... Schkinnen. Genau. Am besten ich renne zweimal in den Laserstrahl rein. So. Wo haben wir denn noch die Auswahl? Da haben wir schon gesprengt. Kann er nur an mehrere Räume grenzen. Grenzen? Haben wir hier schon geguckt? Nein, rabbeln wir nicht. Gucke ich mal hier. Ach. Wir würden nur ein halbes Herz verbrauchen. Dann können wir das mal riskieren. Prayer Card. Gut, hat sich gelohnt. Dann gucken wir mal, was der Automat noch so zu bieten hat. Spielen wir bis auf 15 Münzen runter. Oder sagen wir auf 14. Das kommt ja meistens so ein, zwei Münzen noch aus. Außer er strengt sich natürlich selber vorher in die Luft und gibt uns die Dollar Bill. Äh ne, äh Dollar. Nein, ich glaube das brauchen wir nicht. Gehen wir eben von der anderen Seite ran. Oh komm. Pretty Fly bitte. Ja, ist auch gut. Aber auch nicht das, was ich unbedingt wollte. So. Haben wir doch mehr Münzen als gedacht bekommen. Ist auch gut. Dann nehmen wir uns noch die Prayer Card in die Hand. Und mit einem Herzcontainer mehr schweben wir dann in die nächste Ebene. Ja. Doch, das schaffen wir noch. Braucht man nicht neu anfangen oder so. Tschö. Den Boss hat man ja schon. Und Isaac, was träumst du? Huiiiiiii. Pfff. Oh. Ist doch dort. Ich kann fliegen. Der nicht. Boah, fliegende Gegner wären echt ätzend. Also ich meine jetzt außer so Mini-Bosse oder so. Die auch wirklich so einen verfolgen oder so. Das wäre echt ätzend. Also mit Flügeln. Fliegen kannst ja nicht mit rechnen. Oder gibt's sonst... Ja. Ich bin so ein Fallhaus. Natürlich gibt's sonst noch nicht. Sonst gibt's schon haufenweise. Äh, Viecher. Lustig mit Flügeln. Also außer Mini-Bosse. Für den einen Typen, der genau sich... Was, das? Oder ein Teleport, glaube ich, oder? Oh. Das ist so intelligent. Wie viele Räume braucht das eigentlich, um sich aufzuladen? Eins? Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zwei. Zwei. So. Dankeschön. Dann können wir auch zwei Opfern. Ach ne. Nicht zwei. Eins. Zweimal können wir das machen. Ein Herz. Mehr Geld. Gut. Ich mag Geld. Nichts. Das ist nicht gut. Nichts. 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 Ich bereite das, um zu gucken, was Shop bietet. Uiuiuiui. Sprouts. Uiui. Stress. Wohin. Wo Lan war denn hier. Wow. Two of clubs. Ist nicht das sinnvollste jetzt. Oh. Gut. Können wir ein bisschen rumstrengen. So kann er recht sein. nix stirb und dann jetzt vielleicht hier vielleicht hier das andere ist dann nebensächlich die sind dort das ist gut können wir die auch gut machen so kann es meinen weg immer laufen mein freund hatte ich nicht noch seelenherzen ich weiß es nicht gedächtnis wie so ein sieb ich nehme meine aussage zurück mit dem komischen flügeln keine ahnung was ich mir dabei gedacht habe hier haben wir noch nicht geguckt hier nix hier nix dann gucken wir hier nix hier nix hier nix gut oder auch nix gucken wir ob ich muss bloß irgendwie meine Herzen wieder vollkriegen damit wir unsere Prayer-Karte bekommen zwar möglichst früh sonst können wir die nicht mehr aufladen oh schlimmstenfalls nehmen wir sie eben nicht mit aber das ist auch nicht so tragisch komm ich glaube das mit den Herzen vollkriegen wird wohl nix ja komm ich habe Scheils hart gut das kann man ja in Luft springen danke ich schön so shop was hast du zu bieten ein Greed nein ist ja nett bleib doch an der Bombe ach komm oh super ach seufzt 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 da nix da nix da nix schlecht besser als als dass so ein grüner in der Mitte ist das wäre dann nämlich ekelhaft aber so riecht die wir haben schon überall geguckt und shop gut dann können wir spielen bis alle oder sagen wir bis 15 dankeschön missing page na super ähm ne da sind wir die Herzen lieber ui viele Herzen bekommen wir daraus sehr gut freut mir nicht seufzt 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 nach haben wir oben im Dschungel geguckt da waren wir noch nie die Herzen rupfende Rosen und wie jetzt die Herzen betreffen mich viel zu oft full health bitte ne wo mein wunsch wurde endlich mal gehört ich bin erstaunt ich bin wirklich erstaunt boah wo ist denn hier die verkackte eh verkackte raum die verkackte raum wo ist die hier kommen hast du deine komischen Gelaps bekomme ich gleich eine klopste hahaha wie witzig so hören wir uns das noch zurück so ja stimmt jetzt müssen wir das ja machen aha wusste ich alles pure Absicht ich hasse die Geschosse die durch den ganzen Raum fliegen oh brrr 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 hm he 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 hui hui kommt drauf an was für ein Boss ist dann können wir entweder hebe ich mir die Diebelkarte für den Mom auf oder eben für den Boss muss ich gucken scheiß Flieger ich hab immer eine Fliege vor meinem Gesicht das mag ich nicht dumm wärs natürlich wenn der äh geheim Raum hier vor dem vor dem vor dem vor dem Kampfraum generiert werden werde würden guten tun wow endlich ist noch mal hier oh super dankeschön so das kriegen wir natürlich nicht aber die Ebene ist echt riesig dankeschön wie jetzt so sei schließlich nicht so Ąbig sondern so Ąbæf oh wir überziehen schon wieder gut dann sehen wir uns im nächsten part und super ich spiele noch bis 20 münzen runter und dann sehen wir uns gleich wieder bis dann heute haut rein und tschüss